Hallo liebe Freunde der Feinkultur, zurück zu Until Dawn. Wir sind hier mitten im Flucht, auf der Flucht mit der jungen Dame hier und mal schauen ob wir es überleben oder nicht. Die halt auch nur im Bade-Tuch gewickelt ist und sonst nix. Er kam nämlich gerade frisch aus der Badewanne. Wir hören sie von dem Fuzzi hier, ja Fuzzi, von dem Verfolger, Psychopathen, was auch immer überrascht wurde. Ich will dieses komische leichte Ding da sehen. Was? Ne, das war jetzt halt wirklich die Lampe hier, oder? Oh toll. Wieso steht diese Kack-Lampe da drin? So eine Verarsche! Lauf! Verdammt! Okay. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut! Also zumindest hat er und... Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, läuft. Ja, all der Fortschritt. Beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Was denn? Deine überwältigende Angst vom Versagen. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. Was ist das denn wert? Was? Was? Was bisher geschah, rückwärts. Das kannst du nicht tun! Das hab ich dir getan! 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 Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen! Ich versteh einfach nicht, was los ist! Hier ist ein Psychopath! Oh nein, das ist verrückt! Wir müssen Hilfe holen! Hallo? Leute? Hallo Samantha! Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen! Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist! Ich glaube in der Lodge! Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Hm. Huh! Matt! Was ist das? Keine Ahnung! Ah stimmt, das sind wir in einer verzwickten Situation mit den zwei, ja. Vergeltung! Was hast du vor? Was willst du tun? Beruhigen. Gehörig! Ganz ruhig! Wir sind nur hier! Wir wollen uns... Wir wollen uns nur beschnuppern! Nein, 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 nein! Die werden uns wehtun! Einfach gehen! Zu Noten meine Axt! Jetzt im Mobbingkreis, oder? Was ich? Nein! Ich glaube, das wäre uns ein Todesurteil querkirchen! Wenn ich jetzt R2 trägt hätte. Beißen. Hirschfleisch. Schau lecker. Warum bin ich jetzt die M? Mann. Ich will die nicht sein. Diese Diva. Okay. Ein Vogel. Warum nicht? Ich stehe jetzt an. Ja. Das ist klar. Hallo. Ach komm. Es war nur ein Licht. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Warte mal da liegt doch bestimmt was. Ja. Richtig sehen. Oh ein Totem. Oh ein Totem. Bestimmt schwarz. Baaah. Nee, ist gelb. Wie viel hab ich denn da davon jetzt? Ein einziges hab ich übersehen. Wahrscheinlich alles. Gibt's hier was Neues? Besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Sie waren verrückt geworden. Und wurden wahnsinnig. Okay, fast. Mörder. Aßen Menschenfleisch. Ich glaube das ist neu. Ich glaube das ist neu. Nein, das ist nicht. Das ist neu. Ich konnte die Mädchen nicht... Das... Ich konnte die Mädchen nicht... Ach, der wollte die retten oder was? Okay. Glaube ich nicht. So wie bei Tuck and Dale vs. Evil. Dass die einfach nur die Leute beschützen wollen. Und retten wollen. Die sind alle selbst schwarz machen. Die Teenager. Da leuchtet was. Da hat mich schon getäuscht. Was ist denn die Leiter? Guck, nur eine Bewegungswelle. Keine Angst, Stocki. Oder... Freitie. Hm. Ja, dann gehen wir mal die Leiter hoch, wa? Das ist sonst nichts zu finden, ne? Hallo Freunde. Gerdacht. Warum nimmt er die Axt nicht mit hoch? Stochen. Dackel. Oh, da ist ein Loch. Schnicks, da schlicks, da ist ein Loch. Und... Hm. Gehen wir mal weiter. Schauen, was da so los ist. Schauen, was da so los ist. Äh, warum ist es hier plötzlich so wendig? Wir sind schon fast drin! Ja, es ist eigentlich logisch, dass wenn man höher geht, dass es windiger wird, ne? Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Woher kriegt ihr den ganzen Staub? Durch Schnee oder was haben wir so... Alles klar. Ja. Hm. Ach komm schon! Kein Strom. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schelter oder sowas in der Nähe sein. Hier muss doch ein Schelter oder sowas in der Nähe sein. Pst. Schustig. Ja, ohne Strom. Da, Schränkchen. Der Schrank. Was haben wir hier? Vermisst Hannah Washington. Yo, wie es aussah. Wie es aussieht. Einfach nur eine normale Finistenanzeige zur... ...und der Dame am Anfang. Und zwar Hannah Washington. So, dann schauen wir mal raus. Vielleicht gibt's da Strom. Das sieht irgendwie so ähnlich aus wie... ...so ein... ...so ein... ...entscheidungshorror-Spiel. Das... Currywurst vor ner Weite gespielt hat. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Da ist man nur auf so nem Feuer... ...Watch... ...Turm. Und... ...muss sich da mit nem anderen über Funk unterhalten. Und sieht denn wirklich verdammt ähnlich... ...der Turm. Zumindest wenn wir... Von der Sicht hier aus... Ne, von der nicht, aber von der anderen. Huh, her damit. Also... Ah... Vorhin hat es... ...gesagt... ...gib. Pssst. Ich weiß nicht, ob es er schießt oder es sie schießt. Keine Ahnung. Ne. Jetzt gehen wir mal rein... ...den mal das Ding für... ...benutzen. Schauen, was passiert. Was steht da? Beth Washington. Sorry, dass du auch noch da bist. Ja, die Schuld stand. Da geht. Oh, was ist das? Oh... ...hallo! Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte. Wir brauchen Hilfe. Auwe! Auwe! Scheiße! Ja langsam, man. Deutlich. Beantworten. Ganz ruhig und gelassen bleiben. Informieren. Wir sind am Blackwood Mount bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer, er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen. Wahrscheinlich hat er nichts verstanden. Der Killer ist da. Das war nur ein Hirsch. Gut auch wieder. Was? Wann? Wie lange? Ja, sobald sich der Sturm gelegt hat. Scheiße! Oh mein Gott, er ist hier! Er wird mich umrecken! Stimmt nur, der eine Kumpel da hat oder so. Oder auch nicht. Scheiße! Warum brennt das jetzt? Okay. 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 Ähm. Ist das schwierig das zu sehen? Das war früher nicht beide. Das war früher nicht beide. Was für Damm? Was für Damm? Okay. Und die lebt ja auch, ne? Ja, Arsch! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Ja. Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Ach, Gott! Emily! Du hast Angst! Du musst dich beruhigen! Alles wird gut! Hä? Hör auf zu labern! Ich heizte dich mehr aus! Hör auf mich anzupullen! Und lass mich einfach machen! Okay? Hey! Ja? Ja, lass dir nur alle Zeit, die du brauchst! Ich laufe ja schließlich nicht weg! Hm, sarkastisch. Auf die dumme Antwort. Was immer du sagst, Prinzessin! Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm! Bitte, 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 Matt! Tu endlich was! Nudel. Ah, 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 ah. Wahrscheinlich stelle ich jetzt mit. So, ja, ich. Der. Matt. Okay, jetzt springe ich schon drüber. Ups. Ähm. Ich hab jetzt gedacht, dass ich da, von daraus dann die Emily retten könnte. Ähm. Falsch gedacht. Ups. Falsch. Jaaaaah. Okay, Emily ist tot. Halt doch Gott, dicker! Wie geht das? Zauberer. Was ist denn hier bloß los? Jetzt wird keiner mehr... Check. Luftballonischer Wetter. Was im Schuppen passiert ist, bleibt im Schuppen. Das ist wie Vegas. Okay. Danke. Ich verdanke dir mein Liebe. Klar, Ash. Schon gut. Ich meine... Das ist vorhin auch schon mal. Na klar. Josh mit seinen zwei hübschen Schwift und Hannah und Beth. Sieht super aus, Leute. Danke. Hm. Der Kino-Song. Ich weiß, du und Josh standen euch nah. Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Ja. Ich will nicht runterlaufen. Okay, ist gar nichts. Oh Mann. Da leuchtet was. Okay. Warum? Wie? Warum? Warum? Aber das Problem ist, genau am spannendsten Punkt sollten wir immer aufhören. Weil die Folge ist leider schon vorbei. Unsere Zeit ist schon abgelaufen. Darum... Schade, schade, schade. Aber... Ihr müsst einfach das nächste Mal wieder einschalten. Wenn es heißt Until Dawn. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und ade auf Wiedersehen. Bye, bye. Frühstück ist lustig. No, los ist nicht so gut. Ich werde noch mal aufhören. Aber da ist nicht so gut. Aber da ist so gut. Ich werde schon mal aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020